So, meine Lieben, jetzt ist hier wieder David Fitness und ich heiße Jana und wie immer machen wir Bauch-Uhr. Und wenn du Lust hast, sei dabei. Komm, lass uns marschieren. Geh auf rechts. Und wir gehen nach außen. Roll die Füße gut ab. Komm, gib Energie rein. Schwing die Arme. Wir sind ganz am Anfang. Es geht ganz langsam los. Atme gut. Noch vier und drei und zwei. Side to side. Hier, komm. Nimm die Hände an die Oberschenkel. Komm mit den Schultern im Wechsel nach vorne. Wir gehen ein bisschen tiefer. Machen uns wohl ein bisschen mehr beweglich für den heutigen Teil. Jawohl, komm. Arme. Super machst du das. Und dreh dich. Push. 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 Noch vier, drei, zwei. Komm mit dem Arm hoch. Komm mit dem Arm hoch. Komm mit dem Arm hoch. Glockenzehn. Halt. Klasse. Acht. Sieben. Noch sechs. 1, 5, 4, 3, 2 und verlagere das Gewicht, strecke dich, noch 4, 3, 2, bleib hier, zieh dich lang, nimm den Arm jetzt nach vorne zu mir, strecke den oberen Arm, mach die Arme lang, spreiz die Finger, komm tiefer, komm noch tiefer und hier, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an für dich, noch 4, 3, 2, komm hoch, wechsel die Seite, nimm noch ein bisschen, du kannst das, ich weiß das, in dir steckt ganz viel Power, mein Lieber oder Liebe, je nachdem wer da jetzt gerade vor mir turnt, ok komm hoch, gut, Maschima, so, das war kurzer Wurm-Up, jetzt geht's ins Eingemachte, komm über die eine Matte, geh langsam runter, schließe die Beine, lege dich zur Seite ab, strecke die Beine, strecke den Arm nach oben, die Beine sind gehoben und wir gehen, komm hoch, du atmest aus, achte auf die Ellenbogenspitze, wie unter der Schulter und auf die gut aufgelegte Hand, ja, spürst du schon was, deine schräge Bauchmuskeln vielleicht, deine seitliche Bauchmuskeln, wird dir langsam warm, wir werden heute viel schwitzen, wenn du magst, kannst du alles, was wir heute machen, durchziehen, wenn es dir nicht danach ist, machst, mach einfach nur das, was dir gefällt, ... ... ... ... ... ... Ja. Weiter. Vier noch. Drei. Zwei. Okay. Wechsel die Seite. Ellenbogen wieder unter der Schulter. Gestreckte Beine. Arm. Hand fest am Boden. Vier. Drei. Zwo. Komm mit. Und. Aus. Aus. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Spürst du es? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich glaub's dir noch nicht. Da kommt noch was. Bestimmt. Komm, gib Power. Wir drehen. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wir drehen wieder zurück. Du hast die Beine angestellt. Fußspitzen sind oben. Deine Wirbelsäule ist Katzengeraden. Du öffnest den Brustkorb. Komm, schieb das Brustbein nach vorne. Nimm den Arm nach vorne. Hand in den Flächen oben. Halte. Und denk an deinem Gesicht. Bist du dabei? Komm. Rechts. Links. Rechts. Links. Die Ellenbogenspitze leicht antippen. Halte dein Bauchnabel fest nach innen. Und drück deine Fersen tief in den Boden. Atme. Aus. Aus. Dusch aus, rechts. Und links im Wechsel. Aus. 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 Dein Körper freut sich jetzt. Der freut sich so richtig. Du nutzt jetzt die Zeit, um deinen Bauch zum Stahl zu machen. Pass auf, wir ändern was. Du streckst den Arm hin. Schließe auf. Schließe auf. Und vielleicht kann ich dich so ein bisschen inspirieren mit Übungen, die du bis jetzt nie gesehen hast, die du noch gar nicht kennst. Sehr gut. Zieh den Bauchnabel fest nach innen ein. Das ist ganz wichtig. Halte die Beine zusammen. Noch ein bisschen. Du hast es gleich geschafft. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Okay, und hoch, hoch. Jetzt gehen wir von unten nach oben. Atme aus, aus, aus. Noch vier. Und drei. Zwei noch. Wechsel das Bein. Und hoch. Ja, langsam. Führen wir uns? Wie geht's dir jetzt? Bist du noch dabei? Ich würde mich freuen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Die gleiche Ausgangstunde jetzt. Hopp, 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 hopp. Lauf. Komm, jetzt gehen die Arme. Seit, 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 seit. Ellenbogen zum Knie. Zieh mit. Zieh mit. Komm. Sehr gut. Atme gut. Und ein. Ein. Und ein. Arme und Blick. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Gleich ist es vorbei. Gleich haben wir es geschafft. Und wir gehen auf den Bauch. Du bist jetzt hier im Vierfüßler. Gehst du mit dem Unterarm auf den Boden. Nimmst die Hände zueinander. Und schließt die Finger gestreckt. Strecke jetzt die Beine. Und bleib mit den Fersen eng beisammen. Halt einfach nur diese Position. Schau zum Boden und atme. Tief ein und aus. Zieh den Bauchnabel nach innen ein. Gewöhne dich an die Spannung. Schließe die Po-Backen fest zueinander. Und zieh den Bauchnabel ein. Nimm die Hand auf den Boden. Ungefähr auf die Höhe des unteren Brustkorbs. Hier bist du mit der Hand fest am Boden. Du drehst dich auf die Seite. Und jetzt geht es weiter. Komm. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ach, weiter. Komm. Du ziehst es mit mir durch. Du bist gar nicht geschafft. Ah, ist das schön. Ist das klasse. Es brennt, es brennt, es brennt. Du hast Power. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Komm. Drei. Zwei. Großartig. Bleib hier. Aktive Meditation. Du sammelst Energie. Und wir machen gleich die andere Seite. Stelle die Hand auf. Und nimm das andere Bein und Kopf. Wie zum Ellenbogen. Atme gut. Acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und du schaffst noch acht. Du schaffst noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und. Leg die Unterarme wieder auf den Boden. Schließe die Beine. Und. Jetzt ist es. Anstieg. Stehst du noch. Und wir machen weiter, oder? Bist du dabei? Leg die Knie ab. Du mit dem Bauch ab den Boden. Und strecke dich. Wähle du dich so was mit dem Bissen machen. Klasse machst du das. Und gleich geht's weiter. Komm. Stell die Beine an. Komm hoch. Und jetzt nimmst du das Bein zur Seite. Okay. Du öffnest. Und leg die untere Hand auf die Argen. Strecke dich. Atme gut. Gar nicht so schlimm, oder? Achtung. Jetzt drehen wir nach vorne. Halte den Bauch fest. Und zieh dich lang. Achtung. Komm wieder hoch. Öffne. Die Hand auf dem Boden hast du noch. Strecke dich. Und wir gehen noch mal nach vorne. Becken parallel zum Boden. Und komm wieder hoch. Das ist schon sehr fortgeschritten, das, was wir jetzt gerade machen. Aber das machen wir immer im David. Achtung. Achtung. Komm nach vorne. Ja. Letzte Mal. Halte. Halte, halte, halte. Vier. Und drei. Und zwei. Zieh die Unterarme zum Boden. Beine zusammen. Komm auf die Knie. Und strecke dich. Halte die Pohrbacken aus. Flächle ein bisschen. Zieh die Mundlinge nach oben. Gleich geht's weiter. Bist du bereit? Dann hopp. Puhrspitzen aufstehen. Pohr hoch. Das Bein zur Seite. Strecke dich. Und öffne. Nimm die untere Hand fest auf den Boden. Vier. Drei. Zwei. Wir gehen vor. Und hopp. Noch vier. Und drei. Zwei. Öffne dich nach oben jetzt. Wunderbar. Vier noch. Und drei. Zwei. Und komm nach vorne. Zieh den Bauch nach innen. Bring Spannung in die Beine. Das ist schon ganz Körperworkout. Das hier, oder? Spürst du das? Vier. Drei. Zwo. Komm nochmal. Und hoch. Atme schön. Die letzten vier. Drei. Zwei. Und vor. Unterarme erschließen. Beine schließen. Komm mit deinem Becken auf die Erde. und hilf dein Puppets. Spürst du dich ab. Strecke die Beine. Bleib relativ weit unten. Jetzt die Knie. Hopp, 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 hopp. Achtet drauf, dass dein Körper relativ gerade ist in einer Linie. Bauchfest. Und wir haben Spaß. Wir haben Spaß, oder? Bist du noch dabei? Bisschen mehr Leichtigkeit. Bisschen mehr Wippen, wenn du magst. Und... Ja, jetzt geht's ins Eingemachte. Du hältst durch. Du hältst durch. Du bist noch dabei. Power. Hopp, 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 hopp. Vier noch. Und drei. Und zwei. Okay. Knie ab. Yes. Bein vor. Stütze dich ab. Stütze die Hand unter der Schulter. Strecke das Bein hinter deiner Matte. Die Fußspitze zeigt nach außen. Öffne dein Brustkopf. Bis zum Start. Okay, dann. Kick. Öffne. Komm zurück. Jawohl. Vier. Drei. Zwo. Bisschen schneller. Und eins. Zwo. Zurück. Und vier. Eins. Zwo. Zurück. Vier. Eins. Zwo. Zurück. Vier. Ha. Aha. Zurück. Hopp. Zwei. Drei. Und vier. Hopp. Zwei. Drei. Und vier. Sensationell. Und hopp. Wir machen noch vier, oder? Und drei. Und zwei. Letzte Mal. Und. Stütze dich ab. Komm mit den Knie auf die Matte. Schließe die Beine zusammen. Und. Schritt. Mit dem anderen Bein nach vorne. Stütze dich ab. Nimm diese Hand unter die Schulter. Strecke das hintere Bein. Du kommst mit. Okay. Noch vier. Und drei. Und zwei. Und du bist dabei. Achtung. Kick. Halte hier. Komm zurück. Nochmal genauso langsam. Und kick. Wunderbar. Zurück. Jetzt auf zwei. Wir gehen. Vor. Zwei. Zurück. Und vier. Vor. Zwei. Zurück. Und vier. Vor. Zwei. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Spannung in die Arme und Beine. Okay. Ja. Komm. Zick. Zack. Vier. Und drei. Und zwei. Letzte Mal. Komm nach hinten. Knie ab. Beide Knie ab. Jetzt gehst du hoch. Setze dich auf deine Matte. Jetzt wird es ein bisschen entspannter. Du schließt die Beine. Ich schließe die Beine. Ready? Okay. Daumen. Daumen auf die Wand noch. nah mit dem Knie und dem Bogen zueinander. Und dann mit dem Knie und dem Bogen zueinander. Und das hier ist ein bisschen langsam, was wir jetzt machen. Und deswegen machen wir das ein bisschen schneller. Bist du dabei? Hopp. 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 Tipp die Ferse auf den Boden. Lass den Baugnabel bitte innen. Drück die Lenkwürbelselle zur Unterlage. Tief. Hopp. Der Winkel im Kniegelenk ist eigentlich unverändert. Und dann mit dem Kniegelenk. Und dann mit dem Kniegelenk. Super. Die letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Und drei. Wir verändern was, schau dir das mal an, Kick, 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 ein Bein streckst du jetzt nach vorne, ein Knie ziehst du zum Ellenboden. Und wir verändern noch was, jetzt strecken wir den Arm und arbeiten diagonal nur zu einer Seite, okay. Ich habe jetzt hier meinen rechten Arm und gehe zur linken Fußspitze und wenn du hoch gehst, atme bitte aus. Yes! Wie viele machen wir noch heute? Was meinst du? Was meinst du? Ich würde denken oder sagen, wir machen noch 18, 16. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und jetzt kommt die Zugabe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, weiter, weiter die Beine. Jetzt müssen wir den Arm wechseln. Komm, lass die Beine laufen. Bring Spannung in den oberen Arm. Und die schräge Bauchmuskeln, die freuen sich jetzt. Du bist auf dem besten Weg zu einem Samoa Buddy. Und die letzten 16. Komm, 8, 7, 6, 5, 4 und 3. Und 2. Wow! Nimm die Beine hoch, halte dich fest, komm mit mir nach oben. Strecke dich. Äffne deinen Brustkorb. Nimm die Arme hier hin. Ja. Achtung. Geh tief und hoch. Tief hoch. Tief hoch. Schließe. Geh auf. Schließe. Und auf. Mach dich rund. Strecke dich. Rund. Strecke dich. Ah. Und auf. Tief. Auf. Bauchnabel nach innen. Tief. 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 Auf. Hast du gesehen, ja? Wir wandeln das ein bisschen ab. Das Ganze. Stitze dich ab. Aber bitte nur mit Fingern gucken, okay? Okay. Ja. Ja. Okay. Letzte acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Okay, komm. Bleib hier. Halte deinen Fuß fest. Und entspanne. Atme tief. Du bist immer noch beim Bauchtraining. Jetzt löse die Beine. Und bleib hier. Gesichtsausdruck. Du hast es fast geschafft. Du hast es fast geschafft. Komm, die Arme noch mehr. Yeah. Und. Komm wieder hoch. Unteres Bein hebt. Hinter der Hand in eine Fläche oben. Und auch hier. Yes. Yes. Das sieht gut aus, was du machst. Und ich danke dir. Dass du durchgehalten hast. Dass du immer noch dabei bist. Sehr schön. Komm. Strecke dich. Komm nach unten. Roll dich auf. Achtung. Stell ein Bein auf. Stütze dich hier ab. Und streck das Bein ein. Stütze dich ab. Komm mit den Händen auf die Matte. Und schließe die Beine. Leg die Knie auf den Boden. Nimm das Becken tief. Arme eng beieinander. Guck mal. Hebe die Beine. Halte die Po-Backen ganz fest. Ganz fest. Ich glaube, du kannst noch fester. Komm hoch. Nimm die Arme zum Körper. Strecke dich. Stütze die Hände jetzt ab. Lege die Beine ab. Komm noch ein bisschen höher. Lass das Schambein am Boden. Halte die Po-Backen ganz fest. Strecke dich. Bleib noch dabei. Atme tief durch die Nase. Ein und aus. Komm noch ein bisschen höher, wenn du magst. Geh tief. Nimm die Arme zur Seite. Komm hoch. Nimm das rechte Bein. Und drehe dich. Schau dabei nach vorne. Komm zurück. Strecke dich. Und linkes Bein. Hoch. Rück. Und. Schau nach vorne. Und komm langsam wieder zurück. Strecke dich das letzte Mal. Komm tief. Stütz dich ab. Hebe dein Po. Lutsch mal nach hinten. Komm nach oben auf die Knie. Eins. Zwei. Entspannend. Roll dich auf. Und das war's heute mit Bauch pur. Ich danke dir aus dem ganzen Herzen, dass du durchgehalten hast. Und ich freue mich, wenn du demnächst nochmal dabei bist. Und wenn du Spaß gehabt hast, bitte gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere gegebenenfalls diesen Kanal. Und nochmal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.